Muslime feiern in diesen Tagen den Fastenmonat Ramadan. Dazu gab es gestern Abend auch eine offizielle Veranstaltung der Bundesregierung. Die Integrationsbeauftragte Özous und Außenminister Steinmeier hatten zu einem Fastenbrechen eingeladen. Özous betonte den Charakter der Begegnung. Zu den Veranstaltungen kamen Christen, Muslime und Juden. Religiöse Menschen würden zunehmend kritisch beäugt, sagte die Integrationsbeauftragte. In diesen Zeiten sei es wichtig, Zusammenhalt zu zeigen. Vor Gebetsruf und Essen gibt es erst mal Poetry Slam, selbstgeschriebene Dichtung. Eine muslimische Berliner Studentin darüber, was Kopftuchverbot für sie bedeutet. Du hast mich reduziert auf ein Symbol mit die Deutungshoheit meiner selbst genommen. Integration sei zwar nötig, populistische Debatte dabei aber nur hinderlich. Die Migrationsbeauftragte der Regierung warnt davor, den Islam für jegliche gesellschaftliche Probleme verantwortlich zu machen. Egal, ob es um abgehängte Stadtteile geht, um Bildungsverlierer, angebliche Parallelgesellschaften, Gewalt in Flüchtlingsunterkünften. Immer soll der Islam, der Islam schuld sein. Der Außenminister betont, Flüchtlinge bräuchten auch Hoffnung auf Heimkehr. Gerade jetzt im Ramadan sei die Sehnsucht nach Heimat und Familie besonders groß. Und deshalb setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein, was zu tun. Natürlich, um politische Lösungen für die Konflikte zu finden, die die Menschen immer noch zur Flucht aus ihrer Heimat zwingen. Ob in Syrien, Irak, Jemen oder Libyen. Kurz nach Sonnenuntergang beginnt dann das gemeinsame Essen mit den Vertretern religiöser Gemeinschaften. Die Botschaft? Fastenbrechen sei inzwischen gesellschaftliche Normalität, auch in Deutschland.